I want it all, I want it all, I want it all, I want it all, I want it all. RTV Ja, herzlich willkommen zu unserer Top 10 Show von unseren Katalog-Neuheiten. Und wenn Sie auch unseren aktuellen Katalog haben, dann können Sie immer währenddessen natürlich mitblättern. Das macht richtig viel Spaß, aber Spaß macht es natürlich auch hier, weil Sie alles zum TV-Sonderpreis kriegen. Und ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall richtig. Deshalb starten wir direkt. Hier ist Ihr Platz Nummer 10. Ja, und bei Platz Nummer 10 müssen Sie gar nicht lange suchen im Katalog. Das ist nämlich unser Goldartikel, bedeutet auf der Rückseite. Und das ist schon mal was richtig Tolles, nämlich eine smarte Solar-Outdoor-Leuchte. Cool. Richtig cool. Schauen Sie mal, wie flach die ist. Die kann man einfach irgendwo auf den Boden legen, an die Wand hängen. Hier ist sogar ein kleiner Ösel dabei, dass man das hier auch festbinden kann. Oder, wie Diana das da hat, hat so einen Erdspieß. Man kann es auch einfach irgendwo in den Garten stecken. Tolle Lampe, kennen wir. Ist auch mit Solarbetrieben. Hier vorne haben wir ein Solarpanel dran, aber der Clou ist, die ist halt smart. Das heißt, die können Sie ganz einfach mit Ihrem Handy an- und ausmachen. Sehen Sie das? Oh, schön. Aber du hast jetzt gleich beide. Ich habe beide. Die haben beide ihren eigenen Knopf bei mir in der App. Ist kinderleicht zu installieren und dann kann das so schön bei Ihnen aussehen. Sie haben verschiedene Farbmodi natürlich. Sie können verschiedene Farben damit machen, was ich schon mal klasse finde. Und natürlich auch Farbwechsel. Ich gehe mal eben auf Dianas Lampe, weil die ist schon auf blau gestellt. Und zeige Ihnen bei mir auf dem Handy, wie einfach die Steuerung davon ist. Wir haben hier bei mir auf dem Handy jetzt ein komplettes Farbspektrum da. Ein Regenbogen. Jetzt kann ich hier von blau auf lila gehen und Ihre Lampe verändert dann auch sofort die Farbe. Ich mache es nochmal hier. Das ist meine Lieblingsfarbe gerade. Oder ich mache es grün. Also wunderschön. Man kann jede Farbe nehmen natürlich hier. Und natürlich auch diverse Weißtöne. Das Ganze lässt sich dann auch noch dimmen. Ich mache es mal wieder lila. Ihr wolltet das ja hier in pink haben gerne. Ist das nicht toll? Das heißt, die kann man jetzt ganz einfach per App steuern. Und man kann die dann auch noch so einstellen, dass sie entweder mit Timer läuft. Das heißt, Sie machen sie an und sagen, ich will, dass die so und so lange jetzt leuchtet. Brauchen Sie sich sonst um gar nichts zu kümmern. Oder Sie können die auch, die hat einen Bewegungsmelder drin, so als Nachtlicht dann eben benutzen. Ich finde das einfach dekorativ sehr, sehr schön, wenn man die einfach so mal in die Erde steckt oder wie wir sie hier auf den Tisch legen. Oder eben an der Wand. Wenn Sie das einfach so an der Wand anbringen, ein paar davon. Und dann eben mit diesen verschiedenen Farben, die so einfach einzustellen sind. Ich mache nochmal grün für die, Hanna. Ich mag ja grün sehr gerne. Oder blau. Sämtliche Regenbogenfarben haben Sie hier zur Verfügung. Ich fand das Bild so beeindruckend. Das sah aus wie kleine fliegende UFOs. Vielleicht möchten Sie sowas im Garten für 19,98 Euro ist es unser Goldartikel. Also was ganz Besonderes für unsere treuen Zuschauer. Und sehr stark nachgefragt. Ich glaube, wir haben über 12.000 Produkte im Katalog. Und das hat es davon auf Platz 10 geschafft. Wir schauen mal auf Perlet, auf den regulären Preis. Und da sehen wir 27 Euro. Ihr TV-Sonderpreis 19,98 Euro. Und die Bestellnummer ist hier die GLD 15072 und natürlich die 569, damit Sie auch wirklich den TV-Sonderpreis bekommen. Ich finde es schön. Bewegungssensor oder dann einfach mal mit dem Handy ein bisschen in den Regenbogenfarben rumspielen. Man kann auch einen Farb wechseln, einen automatischen Einstellungen. Automatischen Farb wechseln. Also es macht so einen Spaß, mit dieser Lampe erstmal die ganzen Funktionen rauszuprobieren. Ich muss sagen, es fängt schon beeindruckend an. Und viele sind ja auf der Suche nach außergewöhnlichen Leuchtmitteln. Aber wir sind ja erst am Anfang unserer Top 10 Katalog-Neuheiten. Und deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Und das ist Platz Nummer 9. Ich weiß, dass viele Senioren wirklich Smartphones ablehnen, weil sie mit der Technik einfach nicht zurechtkommen oder sich gar nicht damit befassen möchten. Aber wir haben hier wirklich die richtige Lösung, dass wir uns als Angehörige trotzdem keine Sorgen machen müssen. Ja, für Senioren ideal geeignet natürlich hier. Schauen Sie mal, das ist ein normales Handy. Da sind Millionen Apps drauf. Eine davon ist telefonieren, wenn ich da irgendwas drauf lesen will. Das ist wirklich schwierig, auch schon mit Lesebrille und allem Möglichen. Und wenn ich das jetzt einem Senior in die Hand drücke, bis der gefunden hat, wo er mich jetzt anrufen muss, das wird eine ganze Weile dauern. Und dann funktioniert es immer noch nicht. Vielleicht verstellt er noch irgendwas. Ich brauche ja keine Millionen Apps als Senior. Ich muss einfach nur telefonieren können. Und einfacher als mit diesem Club-Handy mit so vielen Funktionen geht es wirklich nicht. Ich mache das mal auf und dann sehen Sie schon hier, dass wir ein riesengroßes Display haben. Das kann man mal wirklich lesen. Und wenn ich da eine Nummer wählen will, schauen Sie mal, was dann passiert hier. Ich sehe hier die Zahlen riesengroß und ich halte mal mein Mikrofon an. Er sagt mir die Zahlen, die ich sogar drücke hier. Also Kinder leicht zu bedienen. Ich habe zwei Knöpfe, Gespräche annehmen, ich habe meine Zahlentastatur, große, große Tasten, mit denen ich hier wählen kann. Und eben auch auflegen, ganz, ganz wichtig. Was ich noch besonders schön finde hier, ist eben, dass wir auch Fotokontakte haben. Ich will das Ihnen mal eben zeigen. Wir gehen hier mal auf die Fotokontakte. Jetzt haben wir hier keine Nummern mehr, sondern haben hier eben richtige Bilder. Guck, hier ist die Moni, da ist der Carsten und da ist die Diana. Also nicht mehr jetzt irgendwelche Nummern oder durch irgendein komisches Telefonbuch. Ich hatte nicht genug Zeit, Ralf. Entschuldige, du warst auch in der Sendung gerade. Das ist sein Handy wahrscheinlich. Ich gebe es ja wirklich zu, es ist mein Handy. Aber ich finde es toll. Also ich weiß das von meiner Mutter, die jetzt auch über 80 ist, die kommt ohne Tastatur nicht zurecht. Da ist eine Tastatur dran, da kann man Zahlen drücken. Kein Touchscreen. So hat man früher. Ja, du findest ja, wenn du es nicht gewohnt bist mit Smartphones, du findest ja nicht mal die Zahlen. Du hast ja keine Knöpfe. Hier sind sie wieder dran. Also gerade, ich würde sagen, für die Generation U80 wirklich unbedingt notwendig. Kleine Kamera ist auch noch drin, da können Sie noch Fotos machen, wenn Sie wollen. Aber was auch super wichtig ist, ist hier dieser Garantrufknopf. Schauen Sie sich das mal an. Ein kleiner Knopf, der hier auch noch versteckt ist, der steht nicht raus, den kann man nicht so aus Versehen drücken. Wenn ich diesen Knopf drücke, werden drei Leute nacheinander angerufen, bis jemand abnimmt. Die drei Leute kriegen zusätzlich auch noch eine SMS mit, das angerufen wird und meine Location, das heißt mal, wo ich gerade bin. Das heißt, wenn ich irgendwo hinfalle, drücke ich einfach nur diesen Knopf, das ist alles, was ich machen muss, bis einer von den dreien rangeht. Das ist jetzt ein anderer Garantruf, aber die Grafik zeigt Ihnen das mal ganz gut. Wir haben hier drei Kontakte, nicht fünf. Die werden ganz, ganz einfach nacheinander angerufen, kriegen eine SMS. Und wenn niemand von denen abnimmt, dann geht sogar ein Anruf raus, dann eben zum Notruf, zur 112. Kinder leicht zu programmieren. Wenn Sie sich das kaufen für Ihre Angehörigen, nehmen Sie das, nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, programmieren die Nummern rein, dann geben Sie denen das. Einfacher geht es wirklich nicht. Wenn dann jemand zurückruft hier von diesem Garantruf, braucht auch überhaupt nichts gemacht zu werden von dem, der jetzt nicht vielleicht gefallen ist. Der geht automatisch auf Lautsprecher und Sie können dann sehen, was los ist. Also das ideale Handy für Senioren. Es gibt ja auch diese Knöpfe, diese Armbänder, die man sich holen kann von den ganzen Hilfsorganisationen. Die sind super. Die meisten funktionieren aber nur zu Hause und kosten eine monatliche Gebühr. Hier, das ist eine einmalige Anschaffung, SIM-Lock frei. Einfach eine SIM-Karte im Discounter holen, die hier reintun. Sie können sogar zwei verschiedene mitnehmen. Aber das ist mal was wirklich, wirklich Sinnvolles. Ja, und das jetzt zum Spitzenpreis von gerade mal 60,79 Euro. Jetzt am besten direkt vorbestellen. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. In wenigen Tagen dann auch schon wieder lieferbar. Deshalb seien Sie hier clever und bestellen hier direkt unseren Platz Nummer 9. Mit der ZX 5537 und natürlich der 569 hier zu bestellen. Das ist wirklich eine super Sache. Ist eben auch super, super wichtig. Gerade eben auch für etwas ältere Menschen. Ich denke da gerade auch an meine Omi, an meinen Opa. Da möchte ich eben auch auf Nummer sicher gehen, dass auch im Notfall ihnen dann geholfen wird und ich direkt auch mitbekomme, wo sie sich befinden. Also das finde ich auch nochmal richtig wichtig. Aber jetzt kommen wir zu unserem Platz Nummer 8. Platz Nummer 8 ist unser Titelprodukt vom aktuellen Katalog. Und das ist wirklich mal eine richtig coole Sache. Deshalb befindet er sich hier auch auf dem Titel. Das ist ja super cool, dass wir es jetzt auch hier haben zum TV-Sonderpreis. Es ist eine Action-Cam, die nicht Hunderte von Euro kostet, sondern Sie sehen unseren normalen Preis hier. Sie kriegen ja in der Sendung natürlich noch den TV-Sonderpreis. Sie nimmt in 5K auf. Beste Qualität. Also eine Videokamera, die in 5K aufnimmt, das in dieser Größe ist schon beeindruckend. Das ist eine Action-Cam. Das heißt, Sie kriegen zu dieser Kamera dann auch noch jede Menge Zubehör, womit Sie das dann überall festmachen können. Ob das am Fahrradlenker ist, auf dem Fahrradhelm, auf dem Skihelm, auf irgendeinem Musikinstrument. Sie kriegen tolle Aufnahmen hier aus dieser Linse mit 5K-Auflösung. Das Ganze mit einem Bildstabilisator, einem Sechs-Achsen-Bildstabilisator, der auch noch garantiert, dass Sie, auch wenn Sie Stock und Stein mit Ihrem alten Mountainbike irgendwo den Berg runterfahren, dass hier alles wackelfrei aufgenommen wird. Wasserdicht. Unglaublich hier. Auch weit über 10 Meter. Das heißt, Sie können da auch richtig mit Tauchen unter Wasser das machen. Da brauchen Sie kein extra Gehäuse mehr wie andere Action-Cams. Die selber hat hier schon tatsächlich 21 Meter Wassertiefe, die die hier abkann. Und das Ganze hier eben mit Akku betrieben, dass Sie auch noch 80 Minuten Aufnahmen machen können. Es ist die beste Action-Cam, die ich je gesehen habe. Aber das macht einfach Spaß, in der Auflösung das einfach mal irgendwo festzumachen. Und wenn es die Modelleisenbahn ist, wenn es so ein Fernsteuerauto ist, es gibt die tollsten Aufnahmen, die man damit machen kann. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ja, ich muss auch sagen, preislich. Ich habe solche Kameras mal gesehen. Ähnliche Qualität, ich glaube nicht mal so gut. Auch keine 5K-Auflösung, die haben gleich 250 oder mehr Euro gekostet. 123,49 Euro. Mich wundert es nicht, dass sowas in den Top 10 der Neuheiten landet. Jetzt muss ich sagen, ich bin nicht mehr so der Action-Mensch. Ich sehe das vor meinen Kindern, was die immer treiben. Mit normaler Kamera kommt da gar nicht mehr mit. Ihr habt doch einen Hund zu Hause. Mit dem das mal ans Halsband rein. Dann siehst du mal, was der für eine Welt entdeckt. Den stört das auch nicht. Der ist ja ein ruhiger Geselle, den kennen die ja auch. Es macht so einen Riesenspaß. Die hat auch nicht nur hinten einen Kontrollmonitor, sondern auch vorne für Selfie-Aufnahmen. Das ist auch noch was Besonderes. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und Sie können die sogar mit Ihrem Handy oder Tablet verbinden und immer die Aufnahmen zeitgleich sehen, wenn Sie das irgendwo festgebunden haben. Eine Live-Bildübertragung hier von dieser Kamera. Also ich bin absolut begeistert davon. Sowas habe ich noch nicht gesehen. In der Qualität, in der Auflösung, mit der Ausstattung. Also gerade mit dem Wackelfrei. Ich muss jetzt nur ein Beispiel nennen. Ein guter Freund von mir, der hat vor ein paar Jahren Fallschirmspringen für sich entdeckt. Und da springt jetzt auch Formationen. Und der hat immer eine Kamera, um stabile Bilder zu machen. Die haben genau dieses Sechs-Achsen-Stabilisator drin. Und der hat, glaube ich, 800 Euro für diese Kamera bezahlt. Ich muss das jetzt nochmal relativieren. 123,49 Euro. Allein mit dem Bildstabilisator ist für mich der Wahnsinn. Sie ist klein und handlich und ist sofort lieferbar. Also da heißt es wirklich für die Leute, die noch ein bisschen Action machen, vielleicht auch Skifahren. Könnt ihr mir auch vorstellen? Schwarze Piste? Ja, alles. Fährst du Snowboard? Ja, Snowboard. Dann auch diesen Sommer im Urlaub. Ich habe auch geflogen. Ich dachte mir schon, das wird so schön. Du hast Fallschirmspringen gemacht, ne? So ein Fahrergliding oder so. Ja, mit Quarz auch fahre ich sehr, sehr gerne. Also ich glaube, das für mich wird auch super Gerät. Das ist auch ein super Geschenk wahrscheinlich, wenn jemand mir was schenkt. Das ist wirklich genial. Und 5K Qualität, ehrlich zu sein, das ist wirklich Wahnsinn. Wow. Vor allem mit diesem Selfie-Display. Das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Das finde ich aber super, super praktisch. Da weiß man eben auch, was man gerade aufnimmt. Weil nichts ist schlimmer als bei einem Fallschirmsprung, wenn sie dann da irgendwie was anderes in dem Moment aufnimmt. Habt ihr das schon mal gesehen, wenn Leute eine heiße Achterbahn fahren und die Kamera aufsieht? Ja, 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 das habe ich angemacht. Geniale Bilder, aber die sind oftmals eben auch verwackelt. Hier werden sie, ja, da gibt es ja die tollsten Grimassen. Also ich denke, die Anwendungen werden so vielfältig sein. Und viele gehen auch tauchen. Ägypten ist zum Beispiel ein sehr, sehr beliebtes Urlaubsland. Und da kannst du ja so toll tauchen und erlebst so tolle Sachen. Kameramitte, brauchst nicht mal ein Zusatzgehäuse. Der Wahnsinn. Überraschst du ja gerade über die Achterbahn im Europamarkt? Bist du in die Neue gefahren? Mit dem Rente-A-Bahn. Ja, ich war mit meiner Schwester. Wir haben so ein schönes Video, wirklich. Aber ich glaube, mit solchen Geräten, wir würden noch mehr machen. Also das ist wirklich genial. Ich sage Ihnen nur, ja. Es ist einfach ein Riesenspaß. Super robust, wasserfest bis 21 Meter tief. Und Sie können das Live-Bild immer auf Ihrem Handy oder Tablet sehen. Fantastisch. Also die Bestellnummer für unseren Platz Nummer 8 ist die ZX 5591 und die 569. Der Preis, wirklich super günstig. 123,49 Euro. Und wenn Sie bleibende Erinnerungen von heißen Momenten machen wollen, von bewegten Momenten. Ich glaube, eine bessere Kamera könnte es in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich schwer werden, diese zu finden. Also ein wirklich herausragender Platz Nummer 6. Die neueste Generation für mich der Action-Camps durch diesen, und achten Sie mal wirklich drauf, durch diesen Sechs-Achsen-Bildstabilisator. Aber es geht ja hier Schlag auf Schlag, und deshalb sind wir schon bei Platz Nummer 7. Ein wirklich vielfältiges Produkt, aber für mich und meiner Meinung nach darf es einfach auf keiner Party fehlen. Behalte ruhig den Drucker mal bei dir. Jo. Es ist ein Akku-Thermo-Drucker. Ein Akku-Thermo-Sofort-Drucker. Damit kann man sofort Bilder oder was auch immer von seinem Handy oder seinem Tablet ausdrucken. Man kennt das ja von früher, diese Sofort-Bild-Kameras. Ich weiß, mein Vater hat eine, da musste man immer diese teuren Kassetten kaufen, wo dann 10 Bilder drin waren und die haben 30 Mark gekostet oder so. So lange ist das schon her. Aber macht natürlich richtig Spaß, wenn man sofort Bilder ausdrucken kann. Und das können Sie jetzt auch mit diesem Thermodrucker. Moni, ich mache mal ein schönes Bild von dir. Tschüss. Ganz einfach. Jetzt haben wir das hier mit dem Handy gemacht. Und ich kann das jetzt, es wird natürlich auch auf dem Handy gespeichert, aber ich kann das jetzt ganz einfach drucken. Ich sage ihm okay. Ich sage ihm drucken, drucken. Und jetzt können Sie sich das Bild anschauen. 20 Sekunden, ne? Ja. Wenn überhaupt, ne? Wow. Guck mal. Ist das nicht cool? Ich stelle mir das wirklich vor einer Party. Alle Gäste fotografieren. Und dann lässt du zwei dieser Bilder raus, so ganzer Doppel rausdrucken. Eins kommt an die Pinnwand an die Erinnerungswand und eins kriegt der Gast selber oder das Pärchen, das gerade kommt. Also für mich ist das ein riesen Party-Gag. Ja, es ist wirklich ein toller, toller Party-Gag einerseits. Andererseits, man kann Leuten eben, Menschen, seinen Gästen sofort ein Bild von sich mitgeben. Man kann die dann an den Kühlschrank hängen, man kann die an die Pinnwand hängen. Es ist einfach ein riesen Spaß. Und das Coole ist halt, weil es ein Thermodrucker ist, dass wir keine Verbrauchsmaterialien haben, außer dem Papier. Da gibt es keine Tinte, die verkleben kann, keine Toner, die man da irgendwie nochmal wechseln muss. All diese Sachen hier, einfach durch Hitze wird das hier drauf gemacht. Findest du ein schönes Foto? Willst du auch ein Foto von dir? Von mir und Ralf, bitte. Oh, von euch beiden, natürlich. Ja, komm her. Das kommt in unsere Familienreinung. Die Tinte wird jetzt schön. Also meins hänge ich an meinen Kühlschrank. Das ist aber wirklich ein schönes Bild von euch beiden. Hier, können wir mal gucken. Da ist es. Jetzt. Ich hoffe, man sieht es. Oh ja, das sieht schön aus. Ein schönes Foto. Ich sage ihm, drucken, dann zeigt er mir eine Vorschau, weil es natürlich in Schwarz-Weiß gedruckt wird. Und wenn ich jetzt hier auf Drucken gehe, kommt es bei Diana aus dem Drucker. Aber wir brauchen zwei Stück, ne? Ihr braucht zwei Stück, dann drucke ich gleich das nächste hinterher. Das geht ja ruckzuck. Was ich natürlich der Wahnsinn finde, du hast vorhin von Sofortbildkameras gesprochen. Es gibt das auch heute wieder, diesen Trend. Und da zahlst du wirklich ein Schweinegeld, sagt man so schön, nur für die Filmentwicklung. Natürlich sind das Schwarz-Weiß-Bilder, aber der Effekt ist der gleiche. Und jetzt kostet so ein Ausdruck so gut wie gar nichts. Und auch der Drucker kostet nicht viel mit 18,99 Euro. Das ist wirklich schön. Ich bekomme auch eins. Klasse. Ich druck dir gleich auch gleich eins. Das ist für dich. Und ich habe anderen. Perfekt. Also ein Riesenspaß. Der Drucker kostet keine 20 Euro, mein Gott. Sie kriegen Papier dazu. Wir zeigen Ihnen gleich auch noch Papier, was Sie nachbestellen können. Aber es kostet wirklich nicht viel, weil es dieses Thermopapier ist. Thermopapier wird eben durch Hitze schwarz. Und dadurch haben wir keine Tinte, keine anderen Verbrauchsmaterialien, keine Chemikalien. Das war ja früher sehr, sehr teuer. Ist immer noch sehr, sehr teuer, wenn man diese Sofortbildkameras holt. Das hier ist wirklich perfekt. Drahtlos aus. Einfach mit einer kostenlosen App. Egal, ob das Apple oder Android ist. Da kommen dann die Bilder raus. Ja, für 18,99 Euro sind Ihr TV-Sonderpreis für diesen Platz Nummer 7. Wenn Sie schon in diesem Druckspaß sind, gerade eben auch auf Feiern oder so, dann müssen Sie natürlich auch noch mal Ersatzrollen haben. Und die zeigen wir Ihnen jetzt. Aber so eine Rolle, die hält ja auch wirklich richtig lange. Aber ich würde die trotzdem direkt mitbestellen, weil dann hat man eben noch viel, viel länger Spaß daran. Es ist einfach der Hammer. Es macht wirklich einen riesen Spaß, hier einfach Fotos zu drucken, die sofort aus dem Drucker rauskommen und die wirklich nicht viel kosten. Hier haben wir jetzt das Set von Nachrollen, von nah zum Nachbestellen die Rollen. Würde ich am besten gleich mitbestellen. Können Sie aber sowieso immer bei uns im Katalog nachbestellen. Ein perfekter kleiner Drucker, den man auch mal einfach so in der Tasche dabei haben kann. Ja, das Dreier-Set hier an Thermorollen zum Nachfüllen direkt mitbestellen mit der NX 4664 und der 569. Das macht wirklich riesen Spaß und gerade vielleicht auch auf Hochzeiten oder auf Geburtstagen ist das doch wirklich mal schön, wenn man die Erinnerung eben einfach sofort jedem Gast mitgeben kann. Weil ich kenne das auch wirklich, dass man sagt, ja, ja, ich schicke dir dann die Bilder, aber dann kommen die irgendwie nie an. Hier kann man direkt die ausdrucken und das geht auch noch ruckzuck. Also das ist wirklich hervorragend. Nicht ohne Grund hier bei unseren Neuheiten, weil es einfach richtig fantastisch ist. Aber es geht auch fantastisch weiter, gerade jetzt für die aktuelle Saison. Ja, schauen wir mal direkt. Hier ist Ihr Platz Nummer 6. Wir haben hier bei unserem Platz Nummer 6 richtig tolle Erfrischung für Sie. Ja. Es ist ein Taschenventilator, der gleichzeitig Ihnen ja diesen Nebel von Flüssigkeit, also so ein Wassernebel mit dazu rausschwingt. Also so sehr, sehr klein, sehr, sehr handlich. Den kann man wirklich überall mal mitnehmen und dann kann man hier an der Seite ganz einfach den Ventilator anmachen. Und hier gerade in dieser Hitze im Studio ist es auch sehr warm. Ist das schon mal sehr, sehr erfrischend hier, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Da kommt richtig viel Luft raus, ne? Also es ist sehr, sehr angenehm. Gerade jetzt so, wo es so heiß ist, ist das schon toll. Aber der kann noch viel, viel mehr. Wir haben hier nämlich auch noch einen Zerstäuber drin. Mit Wasser drin kommt dann hier dieser feine Wassernebel raus. Das ist nochmal eine ganz andere Erfrischung. Dadurch entsteht eben nochmal ein weiteres Kältegefühl, was Ihnen hier gerade in dieser Hitze eine unglaubliche Erfrischung bringt. Ich weiß nicht, ob man das hier bei uns im Scheinwerfer sieht, aber da haben wir mal ein schönes Bild. So sieht das aus. Das ist wirklich ganz, ganz feiner Wassernebel, der da rauskommt. Und damit hat man dann, ja egal wo hier, in diesem wirklich klitzekleinen Format, hat man immer seine Erfrischung dabei. Das ist doch genial. Jetzt, wenn man mal unterwegs ist. Wir sitzen gerade im Studio. Zwischen den Sendungen mal eben kurz abkühlen. Wenn man mit dem Bus oder mit der Bahn oder dem Flieger unterwegs ist, ohne jemanden zu stören, hier mal ganz einfach für Erfrischung sorgen. Wenn man irgendwo im Wartezimmer sitzt, das ist ja eine Katastrophe bei diesen Temperaturen, die wir im Moment haben. Man muss immer beim Arzt warten. Eine halbe, dreiviertel Stunde, keine Seltenheit. Da schmilzt man so vor sich hin. Aber hier mit sowas können Sie sich wirklich richtig gut erfrischen. Was ich natürlich toll finde, kleiner Anschaffungspreis. Das dürfen wir sagen. Bei 6,64 Euro keine Folgekosten. Das ist akkubetrieben, das heißt, wird aufgeladen wie ein Handy. Und was kommt noch rein? Leitungswasser. Also diese Kosten brauchen wir wirklich nicht erwähnen. Man darf da sagen, so geringe Kosten, dass es praktisch keine Folgekosten hat. Ich stelle mir das gleich wieder vor, auf dem Sportplatz, wenn es jetzt wieder die Bundesliga-Saison losgeht. Es ist da im Stadion, es ist so heiß. Ja, dann ist das eine unglaubliche Erfrischung. Unser Platz Nummer 6. Und da merken Sie wieder, es muss nicht immer teuer sein, um in die Top 10 zu kommen. Und diesen Ventilator mit Vernebler und Akkubetrieb, den bekommen Sie mit der Bestellnummer ZX 6685 und die 569. Natürlich, klar, ist dieses Produkt der Jahreszeit geschuldet. Aber irgendwas muss man ja tun gegen diese unglaubliche Hitze. Ich habe es gerade erwähnt, meine Familie ist gerade zu Besuch, die wohnen normal im Freiburger Raum. Die hatten sogar 37 Grad. Also das ist was unerträglich, das können wir sagen. Und deshalb bleiben wir noch ein bisschen bei dem Thema. Ja, und wir kommen zu Platz Nummer 5. Auch hier geht es um die kühle Luft, aber wir wären nicht beim Pearl, wenn nicht auch hier wieder eine Zusatzoption dabei wäre, Ingo. Ja, wir haben auch hier einen Taschenhandventilator. Glauben Sie mir, das ist so eine tolle Erfrischung, wenn man irgendwo ist und es ist warm und man sich einfach mal mit frischer Luft hier bedienen kann. Es ist aber nicht nur ein Handventilator, es ist auch ein Standventilator. Sie kriegen einen kleinen Ständer dazu und dann können Sie den da reinstellen und vielleicht mal am Schreibtisch, in der Küche, beim Grill, egal wo, hier für Erfrischung sorgen. Sieht auch richtig schick aus hier, ist auch richtig engmaschig hier das Gitter, dass da auch mit Haustieren oder kleinen Kindern nichts passieren kann. Ich hoffe, ich kriege das hier im Halten auch hin, wenn Sie ihn auf dem Tisch stehen haben, können Sie sogar das als Handyständer benutzen. Wie genial ist das denn? Also schönes Video auch machen, deine Haare fliegen so, super. Oder Videos anschauen. Oder Videos anschauen. Guck mal, kannst du einfach hier reinstellen und dann, man guckt ja schon mal gerne irgendein Video oder hat so eine Videocall mit seinen Freunden. Da kann man das einfach hier hinstellen, hat beide Hände frei und gleichzeitig noch frische Luft. Also das ist wieder so ein Gadget, sag ich mal, wo Leute mitgedacht haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ganz begeistert davon, weil ich finde die Handyhalterung eben auch noch super sinnvoll. Ich glaube, wir kennen das alle, gerade wenn man sich mal irgendwas anschauen möchte auf dem Handy, dann lebt man das immer irgendwo gegen, wo es immer runterfällt. Und hier natürlich auch noch mit der Erfrischung, also finde ich perfekt. Und dass wir es auch noch rausnehmen können aus der Halterung und einfach mal mitnehmen können. Also ich bin richtig begeistert. Ja, super. Ja, und klein und handlich, das kann man immer einfach mal so dabei haben. Das ist eine ganz tolle Anschaffung und auch wieder für ganz kleines Geld. Ja. Akkuleistung 5,5 Stunden. Da können Sie den ganzen Tag sich hier die kühle Brise um die Nase wehen lassen. Ach, das ist wirklich richtig herrlich. Die Erfrischung brauchen wir alle. Deshalb seien Sie hier schnell beim Bestellen bei unserem Platz Nummer 5 für gerade mal 9,49 Euro. Unseren 3 in 1 Hand- und auch Tischventilator mit richtig praktischer Handyhalterung. Also das ist ja mal wirklich richtig cool. So kann es dann auch schon bald bei Ihnen aussehen. Aber ich finde das auch gerade für den Schreibtisch, vielleicht auch wenn man arbeitet und dann mal sein Handy braucht für irgendwelche Informationen, auch richtig praktisch. Also man braucht ja auch überall immer Erfrischung, weil wenn man so schwitzt, dann macht gar nichts Spaß. Und hier bekommen Sie die Erfrischung und das zum kleinen Preis. Deshalb unbedingt zugreifen mit der ZX 66,73 und der 56,9. Ja, und jetzt kommen wir auch noch zu was richtig Gutem, was man auf jeden Fall aktuell sehr viel braucht. Kann sehr nützlich sein. Hier ist Ihr Platz Nummer 4. Ja, Platz Nummer 4 wird Ihnen wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Vielleicht geht es Ihnen genauso wie mir. Ich wurde diesen Sommer wirklich schon richtig zerstochen von diesen ganzen Insekten. Insekten sind eine Plage, gerade dieses Jahr. Ja, wir hatten so einen milden Winter, hat sehr viel geregnet. Das ist natürlich idealer Nährboden für Mücken, für alle Arten von Insekten. Wir haben hier eine Insektenfalle, kann man fast schon sagen. Das ist hier, das stellen Sie einfach auf den Tisch. Da ist ein blaues Licht drin, das lockte die Insekten an. Und hier haben wir hinter einem sicheren Gitter elektrischen Draht. Das heißt, wenn die hier reinfliegen, werden die automatisch elektrifiziert und Sie haben endlich Ruhe. Gerade in der Nacht ist auch ein sehr dezentes blaues Licht, also das stört auch nicht. Aber es ist so eine Wohltat, wenn man nachts ruhig schlafen kann. Wenn man arbeitet und irgendeine Mücke im Büro hat oder eine Fliege, die werden hiervon angelockt und vernichten sich mehr oder weniger selber völlig ohne Chemie. Es gibt ja diese Chemiekeulen, sage ich immer, die riechen nicht gut, die sind nicht gesund. Das hier ist absolut ungefährlich für Menschen und Haustiere. Zusätzlich haben wir noch eine zweite Funktion. Ich nehme das mal eben hoch hier. Sie können das nämlich hier einfach zur Seite klappen und dann haben Sie einen Fliegenfänger, kann man fast schon sagen. Wenn hier eine Fliege oder eine Mücke ist, dann mache ich einfach so. Dann werden die hier in dem Gitter gefangen und eben auch unschädlich gemacht. Es ist super praktisch. Wie gesagt, hier ist ein Gitter drum, da kann gar nichts passieren. Und damit kann man dann für Ordnung sorgen und für Ruhe. Wir haben das das erste Mal vorgestellt, war begeistert, oder? Ja, ich war hin und weg davon, weil ich finde es einfach viel, viel praktischer, als wenn man die Insekten dann auch gegen die Wand schlägt. Und dann bleibt der ja immer so einen roten Fleck. Da muss man gleich wieder renovieren und so weiter. Das ist wirklich super praktisch, gerade mit dieser 2 in 1 Kombination. Also kann ich Ihnen echt nur ans Herz legen, gerade auch wenn Sie vielleicht Kinder haben oder so. Da ist das ja auch noch schlimmer, wenn die sich den ganzen Tag kratzen. Also das finde ich wirklich super für 16 Euro und 14 Cent. Perfekt. Es ist einfach ein tolles Produkt, was in keinem Haushalt speziell diesen Sommer fehlen sollte. Akku betrieben ist es auch noch, also besser geht es nicht. Und kostet gerade mal 16,14 Euro. Und ich glaube jetzt gerade in diesem Jahr, wo wir diese unglaubliche Mücken- und Fliegenflage haben, haben unglaublich notwendig. Die Bestellnummer für unseren Platz Nummer 4 ist die ZX 6667. Und natürlich, Sie wissen das, die 569 am Ende, damit Sie den TV-Sonderpreis bekommen. So, so langsam, aber sicher geht es in den Endspurt zumindest, sind wir jetzt schon mal auf dem Treppchen. Hier kommt Ihr Platz Nummer 3 der Neuheiten. Es kann gefährlich sein, die Türe zu öffnen, wenn man nicht weiß, wer vor der Türe steht. Behalten wir die Klingel bei Dir. Dieses Manko können wir ganz einfach mit einer solchen Anlage eigentlich löschen. Dann weißt Du immer, wer gerade klingelt. Du weißt immer, wer gerade klingelt. Es ist eine Videotürklingel. Sie sehen schon, hier ist überhaupt keine Verbindung. Ich habe Diana die Klingel gegeben und ich habe jetzt hier den Empfänger, den ich natürlich auch drin überall hinstellen kann. Ich bin also nicht mehr gebunden an meine Klingel, die sonst irgendwo oben an der Wand, an der Decke hängt. Den nehme ich ganz einfach mit, diesen Empfänger. Und wenn Diana jetzt mal klingelt, keine Verbindung, wenn du jetzt drückst, schauen Sie mal, jetzt kann ich sehen, wer da vorne bei mir an der Klingel ist. Lässt Du sie rein oder nicht, ist hier die Frage. Ich weiß nicht. Sieht eigentlich sehr freundlich aus. Wenn sie einen Kuchen dabei hätte, würde ich natürlich sofort reinlassen. Aber das ist doch prima. Damit kann man jetzt mal sehen, wer steht draußen an der Tür. Es gibt ja auch Türspione, da wird aber von außen auch immer gesehen, ob da jemand durchguckt oder nicht. Hier weiß kein Mensch, ob sie zu Hause sind oder nicht und können dann eben selber entscheiden, ob sie zur Tür gehen oder nicht. Dieser Empfänger hat sogar einen Speicher drin, wo Sie gucken können, wer hat denn alles bei mir schon geklingelt. Wer hat denn bei mir geklingelt, während ich nicht zu Hause war. Verschiedene Klingeltöne sowieso, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber ich finde das so sicher hier, sowas zu haben, weil ich jetzt eben wirklich sehen kann, wer steht da bei mir vor der Tür. Und im Moment sehe ich den Ralf. Der klingelt aus dem Studium. Ich habe aber auch keinen Kuchen dabei. Du hast auch keinen Kuchen dabei. Ich finde das immer wieder erschreckend, wenn man liest, dass eben gerade ältere Menschen Opfer werden von Trickdieben, die sich als Amtspersonen oder Ähnlichem ausgeben und vielleicht auch die älteren Personen schützen und einfach so eine Anlage mal installieren. Weil dann können sie, bevor sie die Tür aufmachen, eben schauen, wer vorne dran steht und gegebenenfalls die Tür dann eben zulassen. Das bin ich. Der hat nämlich noch Nachtsicht drin. Das wollte ich Ihnen auch mal zeigen. Da habe ich irgendwann mal mitten in der Nacht hier geklingelt. Sogar in kompletter Dunkelheit. Kann man sehen, wer da geklingelt hat? Das sieht sehr jung aus in Dunkelheit. Oder sowas, ne? Wenn jemand da mit dem Handyvertrag vor der Tür steht, den lasse ich doch nicht rein. Ich weiß ganz genau, wenn die Tür klingelt, macht die Tür auf und dann steht jemand mit dem Handyvertrag, da hat man schon immer so ein schlechtes Gewissen. Nein, bitte, ich brauche gar keinen. Hier ist aber was los bei uns im Studio hier. Ich brauche keinen Handyvertrag. Aber man hat immer so trotzdem so das Gefühl, wie bin ich hier denn jetzt freundlich und lehne das ab. Das Auge macht mir auch ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich glaube, das lasse ich auch nicht rein. Aber ist das nicht fantastisch? Und das Ganze zu diesem Preis, natürlich haben wir hier eine enorme Reichweite. Und das Ganze funktioniert also wirklich überall im ganzen Haus. Auch wenn Sie mal im Garten sind, nehmen Sie den Empfänger einfach mit nach draußen. Das ist für mich immer so ein Albtraum, wenn ich zum Beispiel mal einen Paketboten verpassen sollte. Da muss ich, muss dann mitten in die Stadt in Bremen fahren, an Bahnhof, da ist meine Paketabstell-Abrüllstation. Da kann ich da sehen, oh, jetzt schnell hinrennen, ich verpasse kein Klingeln mehr. Es ist einfach ein fantastisches Gerät und das hier für unter 50 Euro. Hightech für unter 50 Euro ist ein absoluter Topseller bei uns in der kurzen Zeit, wo wir es schon haben. Wir haben es auch schon vorgestellt, Reif. Es ist unglaublich, die Verkaufszahlen hier. Und das macht Sinn, weil es eigentlich auch überhaupt keine Installation erfordert. Man bringt es einfach diese Klingel draußen an und dann hier den Empfänger kann man drin überall mitnehmen, wo man ist. Das ist auch wichtig, wenn Kinder sind zu Hause zum Beispiel oder ein bisschen alte Leute, dann können sie wirklich sehen, wer steht vor der Tür. Und das ist auch für mich, ich fühle mich sicher, wenn zum Beispiel meine zukünftigen Kinder verstehen, ob die müssen die Tür aufmachen, dass wirklich Mama steht oder Papa oder Opa. Also wirklich genial und mir gefällt das alles, das ist kabellos. Also das auch, du kannst das zum Beispiel mitzunehmen, wenn du in den Garten gehst oder auf die Terrasse oder in den Keller runter gehst. Das ist wirklich genial und sieht auch fantastisch aus und dazu kostet neu 47 Euro, 49 Cent. Das ist wirklich genial. Also wirklich ein super Preis hier, unsere Katalogneuheit. Wir haben ja auch immer Spaß, wenn der neue Katalog kommt. Das Erste, was wir immer gucken, ist, was gibt es Neues? Und da ist mir die natürlich auch gleich aufgefallen, weil wir hier wirklich Sicherheit haben, aber eben auch ein bisschen, man weiß schon, wer da ist und kann dann dementsprechend reagieren, die Tür aufmachen oder nicht. Habe ich auf jeden Fall auch zu Hause und seitdem fühle ich mich auch viel, viel sicherer, weil man weiß heutzutage einfach wirklich nie. Also da kann wirklich sonst jemand vor der Tür stehen. Lies man auch öfter mal in Zeitungen und so weiter und so fort. Deshalb sorgen Sie hier vor, geht um Ihre Sicherheit und auch um die Sicherheit Ihrer Familie. Also vielleicht jetzt hier einfach bestellen, nicht vielleicht, sondern sollten Sie wirklich tun, es sei denn, Sie haben eben schon so eine Videofunktürklingel. Aber die hier geht auch noch ganz ohne Kabel, also da muss man nichts verlegen oder unter der Tür durchschieben. Gar nicht kabellos ist das hier und Plug and Play, also sofort einstecken und los geht's, beziehungsweise nicht einstecken, sondern hier den Akku aufladen und schon geht's dann los. Wenn jemand klingelt, dann sehen Sie es. Wird auch noch aufgezeichnet, wer zu Besuch war bei Ihnen, finde ich auch immer noch sehr, sehr wichtig. Wenn man gerade vielleicht einfach mal nicht zu Hause ist, dann weiß man, wer da trotzdem geklingelt hat. Also hier am besten direkt bestellen für 47,49 Euro, also es ist wirklich ein spitzen Preis. Die bestellen nun mal die ZX86, 46 und die 569. Ja und ich finde es auch super gut, dass die eben kabellos ist und dass man die auch mitnehmen kann. Gerade wenn man vielleicht auch mal den Paketboden nicht verpassen möchte, ist das auch nochmal ein riesen Vorteil. Also seien Sie clever und bestellen hier gerne unseren Platz Nummer 3. Aber wir machen auch schon direkt weiter mit Ihrem Platz Nummer 2. Ja und Platz Nummer 2 finden Sie auch im aktuellen Katalog ganz einfach auf der Seite 2. Müssen Sie gar nicht lange suchen. Da muss man wirklich nicht lange suchen hier mit unserer IPS-Monitor fürs Auto. Das klingt furchtbar kompliziert, aber es ist so etwas Geniales. Sie kennen das vielleicht auch. Sie sind schon mal irgendwo mitgefahren. Jemand, der ein neueres Auto hat, die haben da diese schicken Displays im Auto. Da kann man so viele Sachen mitmachen. Manche können damit sogar ihre Handys übernehmen. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr auf dem Handy irgendwie kleine Knöpfe zu drücken. Ist wahnsinnig gefährlich. Machen Sie das bitte nicht. Verboten ist es auch. Da gibt es glaube ich sogar Punkte für. Machen Sie das nicht. Man kann das spiegeln. Die wichtigsten Apps, die man so beim Fahren braucht, kann man auf so einem Monitor spiegeln, habe ich gesehen. Und dachte, ach Mensch, mein Auto ist noch nicht so alt. Das ist sieben Jahre alt und hat das alles nicht. Du bist in einer ähnlichen Situation. Du hast auch ein älteres Auto, wo es diese Monitore nicht gab. Du hast sowas bei dir, glaube ich, im Auto, Moni, ne? Ja. Dass man also seine Handysachen da über die... Du hast sogar zwei. Ich war so überrascht. Moni hat mich neulich mal in die Werkstatt gefahren. Wir haben dasselbe Fabrikat, also ein paar Jahre Unterschied, also denselben Hersteller. Ich bin der Jahrgang von deinem Auto. Genau, genau. Aber ich bin bei Moni mitgefahren und war beeindruckt von diesem Monitor, den es ja heutzutage in wirklich modernen Autos gibt. Aber ich bin natürlich nicht bereit für diesen Komfort, ein neues Auto zu kaufen. Aber wenn man es, Ingo, wenn man es jetzt so einfach nachrüsten kann. Und wir haben ja nicht nur wegen diesem Monitor mit allen möglichen Optionen. Das ist ja zusätzlich auch noch eine Sicherheitsoption. Einerseits Handy nicht in die Hand nehmen, andererseits eine Dashcam ist auch noch dabei. Eine Dashcam ist auch noch dabei. Die alles, was vor Ihnen passiert, während Sie fahren, auf eine kleine Micro-SD-Karte aufnimmt. In bester Qualität. Sie sehen das hier im Zuspieler. Ist das auf der rechten Hälfte des Monitors, auf der linken Hälfte navigieren Sie. Und zwar mit dem Navigationssystem Ihres Autos. Sie spüren Musik mit dem Handy. Die ganzen Funktionen von Ihrem Handy sind jetzt einfachst angebracht da. Es ist ein unglaubliches. Sie können trotzdem natürlich Anrufe annehmen. Da ist Bluetooth und alles mit Ihrem Handy verbunden. Funktioniert hervorragend. Das Ganze hier mit dieser Dashcam, das hast du richtig gesagt, ist ein Riesenvorteil, weil man hier eben einen unbestechlichen Zeugen immer mitfahren hat. Die Kamera geht hinter diesem Monitor nach vorne raus. Und damit wird das alles aufgenommen. Reden wir nochmal über die Handy-Funktion. Schauen Sie mal, das ist mein Handy. Das ist alles klein und krisselig. Das kann ich so kaum sehen und beim Autofahren bedienen schon gar nicht. Auch wenn ich eine Handy-Halterung habe. Hier sind exakt die gleichen Prunkprogramme drauf. Das heißt, wenn ich Musik hören will, drücke ich einfach hier drauf. Wenn ich telefonieren will, drücke ich einfach hier drauf. Das ist mein Handy. Das ist der Bildschirm, der natürlich deutlich größer ist hier. mit 26 Zentimeter als mein kleiner 10 Zentimeter Handy-Bildschirm. Natürlich, ich wollte Ihnen auch natürlich nochmal die Dashcam zeigen. Das ist ja auch das Fantastische hier, dass wir all diese Funktionen hier in diesem Gerät drin haben. Mit der Dashcam können wir natürlich nochmal viel, viel mehr machen. Dass wir dann eben hier hinter der Kamera, hier hinten ist die Dashcam, dass wir da eben immer ein Video aufgenommen bekommen, mit dem wir dann eben sehen können, was überhaupt passiert. Und das in 2K-Qualität, das soll ich nochmal dazu sagen. Ist der Wahnsinn, ja? Ich zeige Ihnen mal die Kamera. Jetzt haben wir sie hier. Das ist jetzt die Kamera hier hinter. In 2K-Qualität wird ständig alles aufgenommen, was vor Ihrem Auto passiert, in Fahrtrichtung. Im Falle von Unfällen. Natürlich Lebens-, also nicht Lebens-, aber zumindest ist es ein vor Gericht anerkannter Beweismittel, was Sie hier dann eben haben. Es passiert so oft, dass man einen Unfall hat und man weiß gar nicht, was ist denn da wirklich passiert. Ist ja auch immer eine sehr stressige Situation. Hier gibt es keinen Zweifel, was wirklich passiert ist, ob Sie Schuld hatten, ob Sie nicht Schuld hatten. Ein riesen Sicherheitsfeature. Und ich weiß, dass die guten Dashcams, die spitzen Dashcams, die bei uns oder auch im freien Handel gerne mal 100, 200, 300 Euro haben, Sie bekommen hier die Dashcam und diese fantastische Handy-Fernbedienung, kann man ja fast schon sagen. Bitte, bitte fassen Sie Ihr Handy nicht an, wenn Sie Auto fahren. Ich weiß gerade bei jüngeren Leuten, sobald es irgendwo brummt, haben die sofort Ihr Handy in der Hand. Und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ist die Unfallursache Nummer 2 in Deutschland jetzt nach überhöhter Geschwindigkeit. Das ist ein Sicherheitsfeature und eben ein Komfortfeature. Also ich finde es genial. Wir sind alle begeistert. Ich muss ehrlich sagen, ich war geflasht, als ich das im Auto serienmäßig gesehen habe. Aber ich bin nicht bereit, ein neues Auto zu kaufen, aber nachzurüsten. Problemlos möglich und zwar eigentlich mit jedem Auto. Mit jedem Auto, ne? Egal, wie alt das ist. Eine Zigarettenanzündung brauchen wir als Stromversorgung. Aber dann geht es. Und wenn du ein Smartphone hast, die Autoverbindung, wenn du es einmal verbunden hast, ist ja auch genial. Ja, also wirklich, es geht mit dem ältesten Auto. Und wenn Sie so einen Bildschirm nicht haben und vielleicht schon mal gesehen haben irgendwo, dass das was Tolles ist, dann holen Sie sich den. Der ist unten auf dem Armaturenbrett. Bringen Sie ihn ganz einfach an. So ein doppelseitiges Klebeband ist dabei, mit der es ganz einfach angebracht werden kann. Und dann haben Sie nicht nur diesen tollen Bildschirm, mit dem Sie navigieren, telefonieren, Musik hören können, alles Mögliche, sondern zusätzlich noch diese fantastische Dashcam. Und das nur für 123,49 Euro. Das kostet teilweise eine Dashcam ganz alleine. Jetzt haben wir noch einen kleinen Zusatz. Ich sage Ihnen erst noch die Bestellnummer. Die ZX8670 und die 569. Und jetzt haben wir noch einen kleinen Zusatz, einfach eine Erweiterung. Und zwar eine Rückfahrkamera. Moni hat das auch serienmäßig drin, ich nicht. Ich habe das wirklich lieben gelernt. Und für 9 Euro mehr bekommen wir jetzt noch eine Rückfahrkamera, ja, gerade mitgeliefert. Ja, eine Kamera, die Sie ganz einfach hinten irgendwo anbringen, mit der Sie dann einen Bereich sehen, den Sie normalerweise nicht sehen könnten. Und dann sehen Sie sogar die Rückfahrkamera auch noch auf diesem fantastischen Bildschirm. Es ist so einfach, damit einzuparken. Es ist so toll, damit kleine oder große Schäden zu vermeiden. Es gibt diesen Bereich unter der Heckscheibe. Den kann man nicht sehen. Man kann sich drehen und wenden, wie man will. Es ist uns allen schon passiert, die wir keine Rückfahrkamera haben, dass man mal so einen Verkehrspoller übersieht. Und dann hat man 1.000 Euro oder 2.000 Euro Schaden. Noch schlimmer, wenn Haustiere oder kleine Kinder dahinter sind. Hiermit haben Sie komplette Sicht nach hinten. Hast du jetzt eigentlich Glück, dass Sie unterbrechen? Hast du gesehen, wie die zwei Mädels gerade den Kopf geschüttelt hat? Kann das passieren? Die haben serienmäßig eine Rückfahrkamera drin. Wir nicht. Also, das spricht natürlich für eine Sicherheitsoption. Also für 9 Euro mehr einfach mitbestellen. Das ist ein geteilter Platz 2, weil die Nachfrage eigentlich gleich groß ist, ob mit oder ohne Rückfahrkamera. Ich würde Ihnen für 9 Euro mehr die Version mit Rückfahrkamera empfehlen. Das ist die Bestellnummer ZX 8793 und die 569. Und ich habe es gesagt, gerade mal 9 Euro mehr. 132,99 Euro. Das ist Ihr TV-Sonderpreis. Da ist man einfach ein bisschen luxuriöser, aber mit Sicherheit auch sicherer unterwegs. Und es ist eigentlich an jedem Auto nachzurüsten, egal wie alt Ihr Auto ist. Mein Auto ist Baujahr 98. Deshalb hat vorhin Monika gesagt, Sie und mein Auto haben den selben Jahrgang. Jetzt ist es aber soweit bei unseren Top 10 Katalog-Neuheiten. Wir kommen zu Ihrem, zu unserem unumstrittenen Platz Nummer 1. Und hier können wir wirklich sagen, eine neue Ära der Fensterputzroboter hat mit diesem Gerät begonnen. Fensterputzroboter. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört oder gesehen haben. Die gibt es. Die nehmen uns diese lästige Arbeit des Fensterputzens ab. Man hat so früher, du hast das neulich so nett erzählt, man hat sich früher Roboter immer so gewünscht, die diese Hausarbeiten abmachen. Und man hat die sich anders vorgestellt. Ja, so Blechmänner, die dann an der Scheibe stehen oder am Herd oder sonst wo oder einen Staubsauger in der Hand haben. Sie wissen, wie Staubsaugerroboter aussehen. Die fahren auf dem Boden rum, machen fantastische Arbeit. Man braucht nicht mehr selber Staub zu saugen, nicht mehr selber zu wischen. Sie kennen Spülmaschinen, Sie kennen Waschmaschinen, Sie kennen Toaster, Rasenmäher, all diese Sachen, wo man dachte, früher dachte man, das muss ich immer selber machen. Das hat sich inzwischen alles etabliert bei uns im Haushalt. Wir alle haben eine Spülmaschine, wir haben eine Waschmaschine, vielleicht haben wir sogar einen Trockner. Jetzt gibt es Fensterputzroboter. Und die gibt es seit einigen Jahren. Das hier ist das neueste Modell. Das ist das Modell 2024, das absolute Spitzenmodell aus dem Hause Hobot. Das ist der S6. Hobot ist eine Firma, die hat sich darauf spezialisiert, auf Haushaltsroboter. Daher der Name Hobot, Home Robotics, sind einer der Weltführer bei diesen Robotern. Jetzt sehen wir mal die Entwicklung der Fensterputzroboter von Hobot. Da kamen alle paar Jahre, kamen mal neue, revolutionäre Geräte auf den Markt. Gleich kommt der, den ich habe. Das ist, glaube ich, der, den ich habe. Der kam 2021 aus und jetzt haben wir das 2024er Modell, was nochmal so viel mehr kann. Wie funktioniert so ein Fensterputzroboter? Der funktioniert mit Unterdruck. Das heißt, Sie setzen ihn an eine glatte Fläche, der saugt sich fest und fährt dann übers Fenster. Der sprüht Reinigungsflüssigkeit raus und zwar immer genau die richtige Menge. Das heißt, Sie haben nie Tropfnasen da dran. Sie haben auch keine Wasserlachen auf der Fensterbank da dran. Und dann putzt der zuverlässig ihr Fenster besser, also bei meinem zum Beispiel, besser als ich das jemals gekonnt hätte. Das hier ist das 2024er Modell. Der kann noch viel, viel mehr. Bis jetzt hat ein Fensterputzroboter immer ein statisches Tuch unten dran. Das heißt, nur durch die Fahrtbewegung wurde das Fenster sauber gemacht. Jetzt hat er, Sie haben das gerade gesehen, zwei Fliese dran, die tatsächlich 600 Mal in der Minute über ihr Fenster wischen. Schauen Sie sich das mal an. Er erkennt außerdem, das schaffen Sie nicht mit der Hand, 600 Mal in der Minute. Er erkennt außerdem, wann das Fenster vorbei ist. Sie haben eben so ein rahmenloses Fenster gesehen. Dann fällt er nicht einfach runter. Sogar solche Flächen kann er machen. Er kann außerdem, das finde ich auch noch ganz besonders, auch auf nicht ganz so glatten Flächen fahren. Auf Fliesen zum Beispiel. Wann haben Sie das letzte Mal Fliesen bei sich im Badezimmer sauber gemacht? Das kann jetzt der Fensterputzroboter für Sie machen. Auf allen möglichen Oberflächen kann der fahren und hält sich dann hier durch so ein Sicherungsseil fest. Aber ganz ehrlich, das brauchen Sie nicht, wenn der Strom mal ausfallen sollte. Bleibt er einfach hängen noch 20 Minuten und fällt nicht runter. Er neutralisiert das Fenster. Das ist auch neu. Sie kennen das vielleicht von Fernsehern, von alten Röhrenfernsehern. Da hat sich immer so Staub drauf gesammelt. Wenn man mit der Hand nah rangekommen ist, hat es immer so geknistert. Mit Fenstern ist das genauso. Die, wenn die sich statisch aufladen, dann saugen die den Staub förmlich an. Das heißt, der hier neutralisiert das auch noch. Sie kriegen eine Fernbedienung dazu. Sie kriegen eine App dazu. Brauchen Sie alles nicht. Die Fernbedienung können Sie höchstens brauchen, wenn er mal fertig ist mit dem Fenster und dann ganz oben irgendwo ist. Er saugt sich fest. Und das nicht nur an horizontalen Sachen. Den können Sie auch über Kopf irgendwo ranhängen. Und der putzt Ihre Fenster zuverlässig sauber mit diesen zwei Mikrofaserpads, die dann eben 600 Mal in der Minute hin und her rubbeln und richtig gründlich sauber machen. Es ist einfach fantastisch, was Sie dadurch an Lebensqualität gewinnen, was Sie dadurch an Zeit gewinnen. Wer hat denn Lust, heute Fenster zu putzen? Diana, wie viele Fenster hast du bei dir? Du hast eine zwei, drei Zimmerwohnung. Zwei Zimmer plus Balkontür, dann noch mein Spiegelkleiderschrank. Ich habe viele Fliesen in dem Badezimmer, in der Küche. Ehrlich zu sein, ich würde das auch machen. Das kann auch wahrscheinlich so, das hat etwas von Meditation. Aber ich habe wirklich keine Zeit. Also für mich, das ist wirklich Zeitverschwindung, weil du magst alles schön. Und dann nächsten Tag, das regnet, zum Beispiel mit Fenster. Und danach musst du schon wieder alles von Anfang machen. Also das ist wirklich genial und wie schnell das alles geht. Und das ist auch unser neues Modell. Ich bin wirklich immer noch begeistert, wie schnell diese zwei Platten arbeiten. Und natürlich zu diesem Preis, das ist wirklich ein Geschenk, machen Sie für Sie. Ralf, dich frage ich gar nicht. Du wohnst in einem Zweifamilienhaus in der Natur im Wald. Wunderschön gelegen. Aber euch sind doch mit Sicherheit ständig irgendwelche Pollen an den Fenstern. Dann haben wir auch noch Hunde, die kommen. Es ist enorm. Und ich muss sagen, jetzt gerade in meinem Alter, ich gehe auch nicht mehr so gern runter. Und ich gehe nicht so gern irgendwo hoch und putze. Deshalb ist das auch eine Sicherheitsoption. Und mehr Lebensqualität, du hast es gesagt. Kein Eimer mehr, kein Putzeimer mehr, keine Leiter, kein Abzieher, kein Zeitungspapier. Was immer Sie benutzen als Geheimmittel. Der macht das alles für Sie. Kein Stress zu Hause. Kein Stress zu Hause. Und das ist die Lebensqualität, die wir hier kriegen. Unser Platz Nummer 1 in der Top 10 Neuheiten. Zu bestellen mit der ZX 7563 und natürlich der 569. Vergessen Sie niemals die 569. Denn damit sichern Sie sich eben Ihren TV-Sonderpreis. Und gerade unser Platz Nummer 1, der ist einfach nur fantastisch. Ist für mich gar nicht mehr wegzudenken, weil man einfach so viel Zeit hiermit erspart. Und eben natürlich auch den Sicherheitsaspekt hat. Und Sie können in der Zeit wirklich viele andere Dinge machen. Deshalb seien Sie auch hier schnell beim Bestellen, auch hier zum Spitzenpreis. Aber denken Sie natürlich auch an die ganzen anderen Produkte hier in unserer Top 10 Show der Neuheiten.